Was ist das für Teixeira? Ja, damals wurde ich oft unterschätzt. Viele haben mich unterschätzt. Ich hätte auch mehr Tore als Teixeira gemacht in der Saison, aber ich musste ja die ganze Zeit für ihn rennen. Und deshalb konnte er die ganze Zeit abstrauben. Das wollte ich nochmal klarstellen. Teixeira muss ich heute noch bei mir bedanken, für die ganzen Tore, die er gemacht hat. Nein, nein, ich habe auch viel gelernt von Teixeira und von daher hat es schon gepasst.